Komm zu mir. Ansteckend. Nur Mut. Der Humor ist ansteckend. Komm, ich gebe euch ein kleines Rätsel auf, wenn ihr wisst, was das hier heißt auf der Uhr. Ist ja schon Kanisterkuchen. Hi, herzlich willkommen hier beim Vlog von Bergische Krankenkasse und Ausdauerschule bei Buhnert Teil 3. Heute wieder auf dem Platz oder sind wir im Schwimmbad, Lukas? Hi, wir sind's, die zwei von der Bergischen. Aber jetzt nochmal zur Kernfrage. Sind wir auf dem Platz oder sind wir im Schwimmbad? Das ist ja hier nicht so ganz einfach. Wir sind im Himmel, so wie es aussieht. So, also, wo sind wir hier? Gleicher Ort wie letzte Woche. Andere Bedingungen, komplette Gegenteil. Wir kommen vom Regen in die Traufe. Absolut. Und du hast mich jetzt nicht gefragt, aber die Farbe meines Shirts ist Protest gegen dieses Wetter. Und das war noch nicht das Ende der Fahnenstange hier heute. Uns blüht noch was. Das hätte ich auch niemals gefragt. Aber wir sagen, kleines Recap, wie war die Woche, Lukas? Schlecht. Schlecht? Schlecht. Ich meine, richtig schlecht. Top schlecht. Wie sind deine Läufe gelaufen? Gar nicht. Gar nicht. Ich hatte keine Möglichkeit zu laufen. Das kann passieren. Ich hatte eine kleine Fußballerverletzung. Wie man weiß, ich bin ja gelernter Fußballer. Du bist gelernter Fußballer? Ich bin gelernter Fußballer. Wo lernt man das? Auf dem Rudi-Völler-Gymnasium? Das lernt man genau. In Leverkusen. In Leverkusen. Auch. Warte mal, Leverkusen. Stehen die nicht im DFB-Pokalfinale jetzt am Samstag? Genau. Warte mal, ist nicht die Bergische Krankenkasse auch offizieller Gesundheitspartner? Genau. Der offizielle Gesundheitspartner von Bayer 04 Leverkusen. Da kannst du also auch am Samstag nicht trainieren, sondern schaust dir das Spiel an. Nein, nein. Das werde ich schon versuchen noch, auch das Training unterzubringen. Es ist ja nicht den ganzen Tag das Pokalfinale für die Grundsportlichen hier unter uns. Ich schaue mir das Spiel an. Wir haben heute das offizielle Supporter-Shirt bei uns intern vorgestellt. Tut ihr es auch. Tut ihr es auch. Abonniert den Channel und lasst uns, wie gesagt, ein Kommi da. Wir haben viele Fragen bekommen, unter anderem, wo du dein Fußballfach gelernt hast. Ich habe doch jetzt noch gar nicht erzählt, dass ich eine Fußballverletzung hatte und deswegen die Woche nicht trainieren konnte. Ach, richtig. Genau. Ich hatte am Wochenende eine Fußballverletzung und konnte deswegen die Woche nicht trainieren. Ja, aber heute bist du hier ganz tapfer. Zeig deinen Fuß. Ich zeig meinen Fuß. Zeig hier den Fuß. Ja, der ist noch dran. Okay, er ist noch dran. Das ist die Hauptsache. Denn meine Woche lief gut. Ich blende hier mal ein Bild ein. Darfst du nicht sagen, dass du ein Bild einblendest? Ich blende ein Bild eines. Ich habe das Copyright dran. Nein, mach einfach. Okay. Ich gebe euch ein kleines Rätsel auf, wenn ihr wisst, was das hier heißt auf der Uhr. Ich sage nur Intervallprogramm. Kurze Info. Halbswoche war übrigens gut. Meine Woche war gut. Ich blende euch ein kurzes Bild ein. Nein. Ich sage euch nur, individuelle Intervallprogrammierung in Laufuhren werden überschätzt. Man kann sich auch auf die Hand tätowieren, beziehungsweise es war kein permanentes Tattoo. Was steht heute an? Heute steht an Lactatest. Wir sind heute eine Stunde früher angerückt, weil wir uns das hier natürlich geben wollten. Jetzt ist, was heißt Lactatest? Lactatdiagnostik? Keine Ahnung. Milch. Also wir laufen mit ansteigender Intensität zwei Runden Low, zwei Runden Middle, zwei Runden High Intensity und zwei Runden, ich kipp gleich um. Und nach diesen zwei Runden wird immer hier gemessen und aus dem Blut wird dann die Lactatintensität gemessen. Und dann kann man seine individuellen Trainingszonen bestimmen noch besser. Hört sich gut an. Zum Beispiel mit so einer Laufuhr. Ja, das soll es aber schon von der fachlichen Thematik gewesen sein. Wir freuen uns jetzt hier gleich auf den Trainer, der würde uns auch sagen, ob wir hier wirklich trainieren können oder ob wir auf Schwimmen gehen. Wir wissen es nicht. 400 Meter kaum. Wir lassen es überraschen. Wir haben auch die Regenjacken eingepackt, weil das soll heute noch richtig regnen. Hat es ja vorhin schon. Lukas, du bist nicht ganz glücklich, oder? Nee, das ist die Helligkeit. Okay. Ich bin noch ein bisschen müde. Also das nächste Mal tragen wir Sonnenbrillen. Bis gleich. Wünscht uns Glück. Die Arbeit bei der Berge schmiss zu anstrengen. Ciao. Du hast keine Regenjacken dabei. Das ist meine Regenjacken. Das ist eine Regenjacken. Hast du Kapuze? Nee. Wieso hast du keine Regenjacken dabei? Brauche ich nicht. Wofür? Ich bin zu erinnern. Der Alp auf jeden Fall ist so, wie er jetzt aussieht. Der alte Creep hier. Hast du denn jetzt schon auch? Das hat 30 Sekunden. Komm mal. Freunde, das Wetter ist ein Verräter. Die Regenjacken hatte heute ihren Platz genauso wie die Regenschirme, die hinter der Kamera liegen. Weil es war zwischendurch wirklich sehr nass, sehr regnerisch. Das seht ihr auch an unseren Frisuren. Superschön, wie immer. Aber der Lukas hat gesagt, das ist auf dem Platz alles zulässig. Lukas, wie war es heute? Das war ja heute zunächst mal blutig. Nämlich mit dem Lactat. Das haben wir ja vorhin erzählt. Wie hast du es empfunden? Das war dein erster Lactat-Test deines Lebens. Das war der erste Lactat-Test meines Lebens. Ich muss sagen, super. Klasse, hat mir Spaß gemacht. Locker langsam anfangen. Und zwei Runden jeweils. 400 Meter, 800 Meter. Zwei Runden. Ja, aber mit aufsteigendem Tempo. Mit aufsteigendem Tempo. Richtig. Mit sieben Minuten angefangen. Zwei Runden. Und dann ging es weiter hoch. Sechs Minuten, fünf Minuten, vier Minuten. Und dann das Tempo beihalten. Herzfrequenz jeweils messen und Blut abnehmen. In der Runde wurde Blut abgenommen. Das wird jetzt analysiert und dann kriegen wir Noten. Nein. Wir bekommen halt individuelle Trainingswerte. Der Trainingsplan wird daraufhin noch ein bisschen investiert und abgestimmt, damit wir da laufen, wo es für unseren Körper am besten ist. Wichtige Information. Ich habe den Alf natürlich wieder geschlagen, leistungstechnisch. Der alte Mann hat gut mitgehalten, muss ich sagen. Ja. 4 Minuten 40. Aber mein Körper hat zugemacht. Was willst du machen bei Seitenstechen? Ja, Seitenstechen. Abbruch, Abbruch. Schlimmste. Da bin ich noch eine Runde weitergelaufen. Ja. Eine Stufe höher. Ja, war super. Und anschließend dann um 19 Uhr ganz normales Lauftraining gehabt. Was haben wir gemacht, Alf? Ja, Intervalltraining. Das stand jetzt nicht auf dem Plan, dass wir das nächste Woche laufen würden. Aber da, denke ich mal, habe ich Langzeitqualitäten bewiesen. 7 mal 500 Meter mit jeweils 200 Meter Auslaufen locker. Und ja, da hat sich dann meine Verletzung bemerkbar gemacht. Aber da muss ich sagen, hat der Alf gut durchgezogen. Ein Fußballer, wie er im Buche steht. Props gehen raus an Alf. Ja. Also, jetzt machen sich so langsam die Vorerfahrungen bemerkbar. Und du hast mit dem Ziel-Sprint ganz kräftig auch an der Verletzung für nächste Woche schon gearbeitet, ne? Genau. Das ist die Jugend, sie ist einfach motiviert. Ah, jetzt kommt die Sonne raus. Klasse, das zeigt nochmal hier. Also, das wird verarschen. Zeigt nochmal die Sonne. Schön gegen die Sonne hier. Aber das sind Bilder für die Ewigkeit. Ja, ich denke, jetzt sind wir wieder angekommen. Aber ihr habt den Platz gesehen. Katastrophe. Aber das ist beim Laufen völlig egal. Also, es hat schön geregnet. Das gehört einfach mit dazu. Wir haben ja schon gesagt, das ist das Salz in der Suppe. Und die Bilder geben uns bis an Recht. Wir sind platt. Wir haben für heute genug gemacht. Genau. Jetzt geht es ab nach Hause. Regeneration steht an die nächsten Tage. Legen wir uns. Haben es uns verdient. Und vergesst nicht einzuschalten. Am Samstag im Free-TV Bayer Leverkusen. Die Mannschaft unseres Herzens. Und der Bergischen Krankenkasse als Gesundheitspartner. Zieht den Bayern die Lederhosen aus. Ganz genau. Nicht vergessen. In Berlin. Ausdauerschule Brunhardt. Lasst ein Like da. Lasst ein Kommi da. Genau. Uns auch gerne folgen. Abonniert den Channel. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auf nächste Woche. Vielleicht machen wir auch mal so ein Zwischenvideo. Mal so ein FAQ. Mal ein Behind the Scenes. Wir freuen uns drauf. Die zwei von der Bergischen. Ciao. Macht's gut. So war es das? Oder sollen wir noch die Füße zeigen? Komm, wir zeigen noch die Füße. Komm. Hier, deine. Einfach mal hier. Schön den Schmutz. Auch auf deinen nagelneuen Adidas. Guck mal. Das ist eigentlich Skandal, ne? Hier ist noch Profi-Tipp. Äh, Autoschlüssel nicht in die Tasche. Das trägt auf, sondern einfach reinstehen werden. Auch Tipp. Schuhe kann man super in der Waschmaschine waschen. Einfach in Beutel tun. In so einen Stoffbeutel. Gibt's auch bei der Bergischen. Schreibt uns, wenn ihr einen Stoffbeutel kostenlos haben wollt. Schicken wir euch zu. Ja, und da kommen die Schuhe rein. Ganz normal. Buntwäsche. 40 Grad reicht aus. Sind die wieder super sauber. Ich zeig's euch nächste Woche vorm Training. Aber den Schmutz hier. Du musst heute richtig verdienen, ne? Und da schnau. Du musst heute richtig verdienen, ne?